Ahe, 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 he, 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 he. Bewegung fördert die Gesundheit und macht glücklich, das ist bewiesen. Denn wer sich bewegt, stärkt das Herz-Kreislauf-System, verbrennt Fett und fördert den Muskelaufbau. 50 Tage Bewegung, die größte Bewegungsinitiative des Landes, zeigt, dass Bewegung und Sport Spaß machen. Gemeinden und Sportvereine sind zur Förderung der Gesundheit wichtige Partner. Pro Bundesland wurde unter den teilnehmenden Partnern ein Videoporträt eines Bewegungsangebotes verlost. Unter dem Motto Gemeinsam fit bewegt dich mit, zeigt 50 Tage Bewegung die Vielfältigkeit von gesundheitsförderlicher Bewegung. Das Bewegungsangebot aus Tirol ist Capoeira, eine Art Kampftanz aus Brasilien und Afrika. Abadá Capoeira ist der größte Capoeira-Verein weltweit, hier auch mit Sitz in Innsbruck. Capoeira ist eine Kunstform, die sehr sehr viele verschiedene Künste umfasst, unter anderem eben kämpferische Aspekte hat, rhythmische Aspekte, kulturelle Aspekte auch in den Vordergrund stellt, ein soziales Miteinander in den Vordergrund stellt. Teilnehmer im Alter von 4 bis 48 Jahren sind derzeit im Verein aktiv. Capoeira trainiert koordinative Fähigkeiten, Reaktionsfähigkeit, Fitness, Kraft, Ausdauer. Trainiert wird zweimal pro Woche in der Olympia World Innsbruck. Trainingssprache ist übrigens Portugiesisch. Wir legen natürlich sehr viel Wert auf Grundlagentechniken, das heißt Fußtritte, Ausweichbewegungen, Bodenbewegungen. Wenn man dann schon ein bisschen länger dabei ist, auch akrobatische Elemente. 50 Tage Bewegung ist eine Initiative des Fonds Gesundes Österreich in Kooperation mit der Fitsport Austria GmbH und den Breitensportverbänden ASKÖ, ASKÖ und Sportunion sowie dem Verband Alpiner Vereine Österreichs. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.